Musik Das neue Jahr wird in Wannemünde traditionell mit dem Turmleuchten begrüßt. Tausende Besucher strömen jedes Jahr an die Strandpromenade von Wannemünde. Diesmal fragten wir, was sich die Menschen für das Jahr 2020 vorgenommen haben. Ja, mehr Sport zu machen auf jeden Fall. Eine Menge. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, alles. Ich habe mir dieses Jahr mal gar keine vorgenommen. Kann wenigstens nicht schief gehen. Wir haben 14 uns ein Ziel gesetzt, was wir 15 erfüllen würden. Haben auch für Bass 16 das zu erfüllen, was wir 14 vorhatten. Und mit 19 haben wir gedacht, 20 schaffen wir es. Ja, dieses Jahr mache ich einen Triathlon. Mein Bachelor zu schaffen, das ist das Einzige. Sonst nehme ich mir nichts vor, weil erfülle ich meist sowieso nicht. Bereits um 15 Uhr startete das Programm auf der Bühne vor dem Leuchtturm und fand seinen Höhepunkt um 18 Uhr mit dem Turmleuchten. Das Motto der 21. Auflage war Schicksal. 3, 1, 0! 4, 1, 0! Das Motto der 21. Auflage war Schicksal. Mehr als 80.000 Menschen sahen das Spektakel am Leuchtturm in diesem Jahr. Schicksal.